Mit rund 500 Mitarbeitern entwickelt und fertigt die Vitrulan-Gruppe mit Hauptsitz im oberfränkischen Markt Schorgast in enger Zusammenarbeit mit Kunden im In- und Ausland innovative Produktlösungen. Ästhetische und funktionale Glasfasertapeten, technische Textilien und Komposits sowie moderne Infrarotflächenheizungen bilden das Kernsortiment der Vitrulan-Gruppe. Der umfangreiche Maschinenpark ermöglicht nicht nur eine enorme Bandbreite von Produktionsverfahren, sondern auch die Möglichkeit der Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Daraus ergibt sich ein besonders breites Anwendungsspektrum für Vitrulan-Produkte, wie beispielsweise im Bau- oder Transportwesen, der Fertigung von Booten und Windkraftanlagen oder der Filtration. Hohe Flexibilität in Produktion, Lagerhaltung und Logistik gewährleisten eine zuverlässige Belieferung in kürzester Zeit. Im hauseigenen Trainingcenter werden Verarbeiter, Architekten und Bauherren geschult. Exzellentes Know-how, hochwertige Qualität, umfangreicher Service und innovative Produkte werden von Partnern in aller Welt geschätzt. Unermüdliche Forschung und Entwicklung über Jahrzehnte hinaus haben Vitrulan zu einem der namhaftesten Lösungsanbieter wachsen lassen.